Heute gibt es wieder einen Real Talk für dich, also mach es dir gern bequem, hol dir was zu trinken und ich erzähle dir, warum ich das hier alles überhaupt mache. Mir ist ganz wichtig, schau dir dieses Video bitte ganz bis zum Ende an, weil nur so wirst du das Thema, welches hier dahinter steckt, wirklich verstehen können und kannst dann deine eigenen Learnings daraus ziehen. Wir erörtern heute die Frage, warum ich hier auf YouTube jeden Tag ein Video vollgepackt mit Mehrwert für dich bringe, warum ich jeden Tag ein Video in höchster inhaltlicher Qualität für dich produziere. Wir klären die Frage, warum ich jeden Tag mehrere Stunden meiner Zeit investiere, um dir mein Wissen zu vermitteln, also um dir zu helfen, auch das bestmögliche Leben führen zu können, was eben für dich möglich ist. Dir zu helfen, glücklich zu sein, dir zu zeigen, an welchen Stellschrauben du noch drehen darfst, und natürlich, wie ich das Ganze gemacht habe. Und das, ohne dass ich davon finanziell oder anderweitig profitiere. Klingt im ersten Moment erstmal schwachsinnig und dumm. Ja, aber lasst es mich erklären, es hat natürlich einen guten Grund. Zuerst mal. Du darfst verstehen, das Leben hat mich reichlich beschenkt. Ich habe sowohl Freiheit, als auch Zeit, als auch Geld. Alles drei. Und mal kurz, by the way, das kannst du auch haben. Es ist nur, und ich meine wirklich nur, also im Sinne von ausschließlich, eine Frage des Mindsets. Glaubt mir das an der Stelle einfach. Aber das ist jetzt noch viel zu viel. Dazu mehr dann in anderen Videos zum späteren Zeitpunkt. Aktuell geht es auf dem Kanal auch erstmal darum, überhaupt die Grundlagen zu erschließen. Was darfst du jetzt erlernen? Was darfst du jetzt trainieren? Und später kommen dann eben die Inhalte, wie du genau das gleiche Leben haben kannst, wie ich das habe. Weil ich bin nichts Besonderes. Ich habe nur die richtigen Entscheidungen getroffen und die richtigen Dinge getan. Unspektakulär, oder? Es ist nicht mehr und nicht weniger. Aber, wenn du dich selbst noch nicht ausreichend liebst, wenn dein Selbstwert nicht hoch genug ist, wenn du dir selber gar nicht vertraust, wenn du noch nicht den Skill entwickelt hast, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn du noch short term denkst, wenn du Dopamin getrieben bist, deine Hormone nicht im Griff hast, wenn du deine Emotionen und Gefühle vor allen Dingen auch nicht im Griff hast, wenn du noch nicht bewusst genug bist und so weiter, dann fehlen die Grundlagen. Dann bringt es nichts, wenn ich da schon drüber rede. Weil dann kannst du das natürlich nicht schaffen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass du meine Videos in chronologischer Reihenfolge anschaust. Kein Video verpasst, alles baut aufeinander auf. Vor allem auch die Videos in meiner Playlist, meine wichtigsten Videos. Das ist Grundwissen. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du nicht mehr weiterzugucken auf meinem Kanal. Was ich hier mache ist, ich bringe dich mit meinen Videos Schritt für Schritt in dein Traumleben. Völlig kostenfrei, ohne finanzielle Interessen. Gibt es auf YouTube kein zweites Mal. Also, wenn du diese Möglichkeit nicht nutzt, bist du dumm. Und ich coache dich sogar kostenfrei. Schreib mir eine DM auf Instagram, alexander.lifestyle. Wir machen einen Termin. Ich mache das kostenlos. Ich habe kein Produkt. Ich habe kein Programm. Ich habe keinen Kurs. Ich habe kein Buch. Ich habe nichts dergleichen. Ich habe ganz andere Interessen. Und die werde ich dir jetzt darlegen. Also, wir waren vor dem Exkurs stehen geblieben, dass das Leben mich beschenkt hat. Und ich habe den inneren Handlungsimpuls, dem Leben etwas zurückzugeben. Weil das macht mich glückselig. Das erfüllt mich. Und das ist eben dieses wunderschöne Gefühl der Fülle, das ich geben darf. Ich bin sehr glücklich. Und indem ich mein Glück teile und anderen helfe, auch glücklich zu sein, vervielfacht sich mein Glück. Verstehst du das? Ich gebe Liebe raus in die Welt und bekomme Liebe. Ja, das sehe ich ja auch anhand der wertschätzenden Kommentare und den DMs. Und diese Kaskade der Liebe erfreut und erfüllt mich zutiefst. Es geht im Leben irgendwann nur noch um Liebe. Klar, man braucht Geld, man braucht Sicherheit und so weiter. Keine Frage, das ist die Grundlage. Aber dann wechselt eben der Fokus auf das Höchste. Und das Höchste ist die Liebe. Und ich bin so glücklich darüber, dass ich jeden Tag Liebe geben darf. Weißt du, wenn man alles hat, was man sich je gewünscht hat, dann entsteht Fülle. Und aus Fülle entsteht immer ein gewisser Altruismus. Man fängt einfach an, an andere zu denken. An alle zu denken. Und ein weiser Mann in Wales hat einmal zu mir gesagt, The best way of being selfish is being selfless. Egoismus entsteht immer aus einem Mangel heraus. Aus dem Gefühl, dass nicht genug für alle da ist. Und das, genau diese Denkweise, zieht dann wieder weiteren Mangel an. Mehr dazu in weiteren Videos. Also, ich habe mir meine Freiheit und meine freie Zeit erarbeitet. So, was kann ich jetzt damit machen? Die kann ich investieren, um noch reicher zu werden. Mit möglichst vielen Frauen zu schlafen. Mir fette Autos zu kaufen, teure Uhren, Designer-Klamotten. Und dann kann ich auch auf Instagram flexen mit 1000 Euro T-Shirt. Ich könnte auch rumhängen, Computerspiele zocken. Ich könnte jeden Tag in eine Bar gehen und könnte mich zusaufen, könnte Nachos mit Käse essen. Ich bin ja frei, das zu tun. Das könnte ich machen. Aber, oh ja, boah, ist schlau. Verdammt schlau. Und ich investiere meine Freiheit und meine Zeit richtig. Und zwar in die sogenannte Selbstverwirklichung. In der Maslow'schen Bedürfnispyramide steht diese ganz oben. Also, es ist das Höchste, was ein Mensch im Leben erreichen kann. Und mein Wissen weiterzugeben, Menschen zu helfen und das Ganze drumherum, das ist eben mein Lebenssinn, mein Lebenszweck. Und ich bin davon überzeugt, dass ich nicht aus Zufall auf dieser Erde hier gelandet bin. Ganz im Gegenteil, bin ich davon überzeugt, dass ich einen großen Einfluss auf die Geschicke der Welt habe. Also, dass ich wirklich etwas verändern kann, der Menschheit helfen kann, sich fundamental weiterzuentwickeln, ihr Bewusstsein zu erhöhen, ihre Werte zu ändern, integrales Denken zu entwickeln. Und das treibt mich an. Mein Ziel ist, dass in zehn Jahren mehrere Millionen Menschen meine Videos schauen und damit ihr Leben drastisch verändern. Und was folgt dann zwangsläufig? Die Veränderung des Kollektivs. Ich habe sehr hohe Ziele und deswegen wache ich jeden Morgen mit Feier auf, weil ich werde meine Ziele immer stets rigoros verfolgen. Das ist mein Antrieb. Und wenn ich irgendwann alt bin, mich im höchsten Bewusstsein befinde, vielleicht irgendwo in den peruanischen Bergen lebe, keine Ahnung, wer weiß das schon ganz genau, dann möchte ich dann an mein Leben zurückdenken und mir so denken, boah, ich habe echt viele Menschen beeindruckt auf Instagram. Boah, ich hatte zehn Millionen Euro auf dem Konto oder boah, ich habe hundert geile Bitches weggeflankt oder so. Boah, ich habe mir tausend Euro Hermes-Pulli gekauft oder so. Bro, ich nicht so. Ich möchte zurückblicken und sagen, mein Leben hatte einen Sinn. Ich habe einen Unterschied in dieser Welt hier gemacht. Und mein letztendliches Ziel ist es, euch integrales Denken beizubringen. Dass ihr seht, dass alles miteinander interagiert, dass alles miteinander verknüpft ist. Dass es eben nicht darum geht, sich auf ein einzelnes Thema zu versteifen, zum Beispiel auf Ernährung oder auf Gesundheit, sondern dass Ernährung und Gesundheit erst einmal individuell sind und Teil von etwas Größerem ist. Die Ernährung ist zum Beispiel Teil der Gesundheit, aber auch Teil des Wohlbefindens und so weiter. Alles hängt ganz eng miteinander zusammen. Aber du musst mindestens mal die Bewusstseinsstufe Gelb erreichen, um das überhaupt vollständig verstehen zu können. Und genau dabei unterstütze ich dich Tag für Tag mit meinen Videos. Schau sie dir einfach chronologisch an. Jeden Tag diese fünf Minuten im Durchschnitt. Guck dir einfach jeden Tag mein Video an. Dann entwickelt es sich automatisch. Was hier entsteht, ist etwas sehr Großes. Und selbstverständlich bin ich derzeit deutlich voraus. Das kollektive Bewusstsein ist noch nicht so weit. Aber das ist okay. Denn ich kann ja dazu beitragen, dass es sich schneller und besser entwickelt. So, wenn du jetzt noch zuschaust, dann gehörst du zu den Menschen, denen dieser Kanal und die Vision dahinter, das Ziel, wirklich wichtig ist. Und du bist dir selber wichtig. Die Menschheit ist dir wichtig. Das Leben ist dir wichtig. Diese Fragen müsst du jetzt gerade alle mit Ja beantwortet haben. Sonst wärst du jetzt nicht mehr dran. Deswegen spreche ich jetzt einmal explizit zu dir. Du, der jetzt gerade noch zuschaut. Danke. Danke, dass du Tag für Tag meine Videos anschaust. Danke, dass du die Vision jeden Tag unterstützt. Mit deinem Daumen hoch, mit deinen Kommentaren, mit deiner wertschätzenden Energie, deiner Liebe, die du herüberschickst. Und du bist jetzt ganz am Anfang mit dabei. Du bist Teil davon. Du bist Teil von etwas Unfassbarem. Vom ersten wirklich integralen Kanal auf ganz YouTube in Deutschland. Du bist ein bewusster Mensch. Und das freut mich von ganzem Herzen. Es geht jetzt gerade ganz, ganz viel Liebe an dich raus. Es geht ganz, ganz viel Wertschätzung an dich raus. Danke, dass du Teil bist. Teil von Fulfilling Life. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.